Der Stellvertreter der DFSL Moin Ähm, wir haben eine neue Firmlackierung Die seht ihr ja jetzt, das ist die Canobi Schwarz, Gelb, Rot Genau Und Ja Kommt grad doof an, ich weiß Unsere Partnerschaft Wir haben eine Partnerschaft geschlossen mit der, äh, ja, keine Ahnung, wie hieß die K-W-C-O Das ist, der Chef ist der Chico Und der Stellvertreter ist der Bobby Aber ist jetzt grad keiner hier mit auf dem TS Und keiner mit hier grad beim Fahren Wir stehen in der Garage in Bialystok, in Polen Nein, Werkstatt Äh, Werkstatt, sorry Ich komm gleich dazu, ich kann grad nur meinen Auflieger holen Genau Ähm, ja Ja, wir suchen noch Fahrer ab 18+, natürlich mit Ausnahme Also wenn du 14 bist und du 40 angesprochen Dann komm gerne aufs TS Beziehungsweise schreib im Kommentar rein, damit du eventuell Lust hast Und dann kriegst du die TS-Daten von mir Ansonsten einfach in Steam unter Da schick ich euch den Name denn noch Mit ner Kopie So wie ich in Steam heiße, könnt ihr mich hinzufügen Dann schreibt er mich an Und dann wird das schon gehen Oder mich Genau, oder den Illy Oder sonst jemand anderes aus der DFSL So Ich komm mit Affenzahn angeschossen Also natürlich mit 50 Ja Ich brauch ein bisschen länger Ich hab's Ampelproblem Ja Reicht das für ein Info-Video, oder? Jo Dann tue ich die Aufnahme jetzt hiermit wieder beenden Und Wir hören uns zunächst wieder Hier auf dem YouTube-Kanal Oder einfach auf dem TS bei uns denn drüben Bye Äh Illy und ich sagen dann jetzt noch Tschüss und bye bye Wir wünschen euch einen schönen Abend Tschü Jo Tschü tschü